Servus, grüßt euch. Ich bin der Martin Pfeffer. Ich komme aus Zachenberg, wohne jetzt in Rumansfelden, arbeite als Softwareentwickler bei Rudi und Schwarz in Theisnach. Ich laufe zum Teil vor der Arbeit, also je nachdem wie das Wetter passt, wie es mir gerade die Stimmung ist. Trailrunning ist meine ganz große Leidenschaft. Das ist sozusagen Auspowern und Meditation zugleich. Die Heimat und die Freunde an sich, das zeichnen das eigentlich aus, diesen Sport auch. Wir sind zwischen zwei und neun Leute, je nachdem wie oft das wir und wie wir zeitlich zusammenkommen und gehen unter der großen Leidenschaft den Trailrunning nach. Die Ananas, das ist sozusagen das Gipfelgefühl, das quasi da ein bisschen versüßt wird und ich möchte da so zu sagen, jedem Gipfelbesteiger ein kleines Geschenk mit auf den Weg geben. Da kann man jetzt stolz sagen, dass man da einiges auf die Fahrzeinstellung kommen kann. Das freut uns auch narrisch, dass wir mir jetzt ein Ticket sogar außerhalb von Deutschland verkaufen. In Großbritannien, wenn es zum Beispiel einer mit einem Camper angreist, das ist natürlich, da geht es jetzt ein Lauf, wenn man sowas sieht, dass für so ein Fest, das was wir organisieren, quasi die Leute von ehemigst weit herkommen. Das ist narrisch cool. Man kennt jedes Eckerl, meint man, aber man kommt immer wieder auf neue Punkte, die man vorher nie gesehen hat. Bei uns ist es so schön daheim. Warum auch gefahren? Was ist das? 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 Was ist das?